guten morgen im neuen willkommen an diesem mid-walk dem nächsten april mein name ist Thomas Freaks und wir machen weiter auf der Main Street mit dem letzten Gebäude das da ist Time Riders ja lang überlegt kann man das irgendwie interaktiv machen kann man das begehbar machen kann man und man kann zumindest zumindest ein bisschen also natürlich nicht so wie es sein soll das ist der Flugsimulator der damalige von Batman da kenne ich also Time Rider selber kenne ich nicht ich kenne nur den alten Batman Flugsimulator aber das Gebäude ist halt sehr markant und ja es ist so burgartig war jetzt naja sagen wir mal eine Herausforderung es ist ja alles irgendwo das sind halt die Feinheiten also der Dachabschluss zum Beispiel jetzt der so wirklich merkwürdig geschwungen ist da gibt es dann nur halt diese Holzabschlüsse die man hat im Spiel was natürlich dann wieder vollkommen anders aussieht und ja das möchte man ja nicht wenn dann möchte man ja auch den richtigen haben und das gab es hier irgendwie nicht und das fand ich halt doof und die Farbe unterscheidet sich dann auch ist nicht so schön muss ich ganz ehrlich sagen finde ich nicht so schön da hat man in Planet Zoo hat man es einfach einfacher macht man einfach jetzt habe ich dreimal hintereinander einfach gewählt man hat viel mehr Bauteile und das macht sich dann auch bemerkbar wenn man hier so detailliert irgendwas einarbeiten möchte und sei es nur so ein Wandabschluss dann ist man bei Planet Coaster doch tatsächlich im Nachteil doch muss ich klar sagen weil man einfach nicht so viele Bauteile hat hätte ich es selber machen können ich weiß es nicht ich habe ja geguckt mit was man mit was man hätte es nachstellen können ja hatte keine Idee jetzt lugt das halt da oben so ein bisschen raus meine Güte dann ist das so so die Fenster waren auch habe ich erst gedacht tricky dann macht man doch eine zweier Reihe davon und naja wie das halt so ist dann wiederum habe ich mir gedacht weil ich gerade gesagt habe es war nicht so eine Herausforderung ich meine dieses Video geht auch irgendwie dreieinhalb Stunden theoretisch also in real time ihr seht da hinten schon fleißig die Paisai Autos rumhüpfen und rumfahren die ist dann schon wieder auch nochmal gemacht ja nichtsdestotrotz es ist das letzte Gebäude der Main Street und das macht mich auch ein bisschen stolz also wenn man jetzt die Main Street lang fliegt da hat man schon das Gefühl dass man im Movie Park ist meiner Meinung nach ähm fällt mir bis jetzt doch am besten besser noch als meine Heide Park nach Recreation muss ich mal ganz klar sagen ich weiß nicht was da ist bin ich eingeschlafen ne weiß ich nicht ich glaube es war Telefon kann sein so und ich bring das Ganze kann euch mal ankündigen also gut zuhören morgen den 7.4. da gibt es das Fun Helsing Special zwar alle drei Bau Phasen äh Teile auf jeden Fall gibt es an einem Tag ja ich werde sie nach und nach online stellen das erste um 17 Uhr das zweite um 18 Uhr und der krönende Abschluss um 19 Uhr beinhaltet auch meine selbstgebaute Studiotour ja es wurde ja gesagt dann bitte mit Studiotour und ähm habe ich mich auf und dran gemacht erstmal Bildmaterial zu sichten ähm war gar nicht so einfach ähm da gab es ein Layout tatsächlich äh online und ähm da sich erstmal durchzuwurschteln aber das Layout verbunden mit äh online Videos da konnte ich dann schon ein bisschen was mit anfangen und ähm ich vermeint also ich bin sehr stolz drauf ähm was ich dahin gezaubert hab das kann sich sehen lassen und da freue ich mich schon tierisch drauf dann ähm das Ganze zu verkleiden und anzupassen das Theaming dafür wird aber natürlich noch ein bisschen dauern ähm ich weiß ja auch immer noch nicht also Van Helsing die Videos wie gesagt kommen morgen und ähm was dafür spricht natürlich dass es jetzt fertig ist Van Helsing ist fertig ähm die Frage ist wo mache ich dann das nächste weiter klar das Van Helsing ähm das Van Helsing Restaurant das kommt auf jeden Fall noch als nächstes ich weiß nicht ob ich davon wollt wollt ihr davon auch ein Speedbild sehen weiß ich nicht die Frage könnt ihr mir wahrscheinlich auch gar nicht beantworten bis dahin hab ich schon ein nächstes gebaut aber ich nimm es einfach mit auf kann ja nicht schaden ich wollte eigentlich wissen gehe ich links oder rechts rum wenn ich an der Mainstreet stehe also gehe ich erstmal ähm Richtung Star Trek oder Richtung Westernstadt also wo ich dann jetzt weiter mache oder gehe ich rechts rum in Snickland und mache da erstmal alles fertig ich weiß nicht ich bin mir noch nicht so ganz einig mhm gut Star Trek gibt es ja gar nicht mit mir so viel zu tun ja die Dinger sind aus einem Workshop da hat jemand die Gebäude richtig gut gebaut doch und das sollte ich auch anerkennen ähm will mich da nicht mit fremden Federn schmücken das hat einer sehr gut gebaut weiß aber jetzt gar nicht mehr wer und ähm aber das Innenleben muss ich halt auch machen bei Star Trek ich finde es auch nicht so schlimm dass man so die Fronten warum nicht wenn es schon existiert also warum das nicht würdigen finde ich ich meine der Rest ist noch genug Arbeit kann sowas sagen kann auch jeder sagen hat sie nicht selber gebaut die Hand interessiert mich nicht könnt ihr gerne sagen interessiert mich nicht ähm auch äh vom Heidepark gab es einiges angemecker ich denke die Downloadzahlen steht spricht für sich ne also Kritik könnt ihr alle gerne üben da bin ich ein Freund von wenn es höflich und objektiv ist immer gerne haut Kritik raus ähm höre ich mir an doch wenn es dann ins Beleidigende geht oder naja das kann man alles besser und äh selber aber nichts auf die Kette kriegt dann spart euch das bitte ja also ich bin echt gern dazu bereit Kritik anzunehmen aber dann konstruktiv und auch äh berechtigt ne also ja ich hab hier das Batman Symbol genommen nicht das euch wundert das soll ja ein kleines Easter Egg sein das war ja mal das Wayne Manor ähm Batman Escape oder der Flug des Pinguinen keine Ahnung also als ich noch Kind war konnte man wunderbar ähm in die Pinguin Höhle fliegen das war ein Heidenspaß ich wie gesagt Time Rider habe ich noch nicht gemacht ich weiß überhaupt nicht um ganz ehrlich zu sein ähm kennt das nur von außen aber macht ja nichts das Gebäude hat sich eigentlich gar nicht geändert ähm ich mache es in dem Sinne interaktiv äh dass die Leute dort reingehen können das werdet ihr gleich auch noch sehen ich baue da eine Toilette ein das ist natürlich ein geiles Gebäude für eine Toilette warum eigentlich auch nicht kann man machen so hier hat man das Problem äh der 4x4 Block ist einfach zu groß mein geliebtes Feuerwetter gibt es ja auch in 2 Meter und dann wenn man es dann wieder löst dann kann man es natürlich richtig gut verschieben und es glitscht nirgendswo mehr raus ja und das nimmt doch schon Gestalt an das sieht doch gar nicht mal so übel aus hätte ich auch noch ein paar Bullenfänger anmachen können diese Ruhe gibt es ja da wirklich und genau jetzt brauche ich erstmal den Zaun der sieht ja auch relativ spezial aus ähm aber das war gar nicht so schwer gerade wenn man ähm auch Planet Such spielt wo man ja andauernd neue oder eigene Zäune baut ist das ja kein Ding mehr also für dich da muss natürlich auch noch kleines Füßchen drunter so und dann passt das die ganze Schose immer dann denken ne nur eine Seite machen weil jetzt sieht ja Zäune und dann habt ihr Unmengen an Überlappungen und das sieht dann nicht schön aus also immer eine Seite offen lassen so wie jetzt sieht erstmal ein bisschen merkwürdig aus macht aber nichts das ganze noch weiter nach hinten genau ich hab ja Platz ohne Ende ja der Greg hier gehen nochmal Grüße raus der ja den Movie Park in Perfektion nachbaut ähm der hat ja tatsächlich sogar äh äh wie soll ich sagen die äh Bemessungen und Abstände hat er ja alles da korrekt eins zu eins irgendwie nachempfunden das mach ich nicht das ist richtig ich baue erstmal irgendwie drauf los und gucke dass das so einigermaßen die Form hat und den Platz dafür das gebe ich gerne zu ähm mir gefällt es trotzdem ich finde mich wieder ich finde auch das was ich recreate wieder also sei es jetzt der Heide Park oder aber auch jetzt hier der Movie Park äh ich finde es wieder ich weiß was hier gebaut wird und ähm ich denke es hat einen Wiedererkennungswert so jetzt aber genug herumgeheult so ich versuche äh jetzt das Time Rider äh Eingangst ähm Tor zu machen und so wie es jetzt da steht glaube ich bleibt nicht ein Teil über oder ne die beiden links und rechts die beiden ähm Wandabschlüsse die kommen auf jeden Fall noch weg das werde ich nochmal benutzen wenn der Pier der Santa Monica Pier gebaut wird denke ich es passt da ganz gut hin hier diese Märchenfußteile die sind eigentlich auch super jetzt stelle ich fest oh mein Gott das ist ja riesengroß also müssen die Mittelteile weg nicht alles nichts kannst du auch nicht ewig lang da irgendwie äh reinziehen also muss was anderes her da fiel mir dieses schöne färbbare Teil ins Auge ich glaube das gehört auch zu den Märchen Sachen bin mir aber nicht ganz sicher so so was nun ist ja wieder die Lampen dann die schalte ich wieder aus weil das ja irgendwie nur so Drachendinger Statuen sind und ähm oben drüber kommen natürlich noch Lampen was habe ich diese komischen Griffe gesucht also die Befestigung Wahnsinn manchmal habe ich das Problem ich klicke und dann passiert trotzdem nicht naja dann bleibt das erstmal so jetzt kommt habe ich gedacht ne vielleicht haben wir irgendwo noch einen schönen Schild was so einigermaßen nahe kommt dem Time Rider Schild gibt es aber trotzdem nicht also was muss man machen was sollte man machen selber bauen da gibt es ja echt tolle und coole Sachen bei den Autoteilen kann ich euch nur empfehlen gerade so Monsters und sowas die kann man richtig gut benutzen das ist ja auch nur so eine Andeutung eines von der Time Machine die Autotüren waren halt alle zu groß genau das mit dem Kühler der Monsters da noch mit hin hat sogar noch ein kleines Batman Logo mit drin also was solls dann ziehen wir den Zaun hier schön am Weg lang es muss ja es soll ja der Eindruck entstehen eines riesen Platzes ähm die ganze Main Street da ist ja eigentlich alles künstlich und so soll das ja auch sein so hier schieben wir den kleinen Block der sieht finde ich auf der anderen Seite relativ doof aus da geht er nach links aber rechts sieht er irgendwie doof aus jetzt habe ich versucht hier irgendwie den Weg lang aber das wollte er nicht so ganz das wäre mit dem ähm eingangs äh ach mit dem Warteschlangen Weg eindeutig einfacher gewesen aber den konnte ich ja nicht nehmen der steht schon am Eingang für den Klo so also wieder Trick 17 selber bauen alles wenn ihr nicht weiter wisst immer selber bauen das bleibt nicht aus also deuten wir hier wieder einen Wartebereich an der kann ja auch variiert werden tatsächlich so genau dann sind ja überall Hacken die habe ich jetzt extra ohne also diese Pfeile gemacht das wäre natürlich akkurat und gerade nebeneinander wollte ich aber gar nicht es sollte nämlich so aussehen die unterschiedlich sind ähm so sollte es eigentlich sein das war der Plan dahinter genau jetzt machen wir da noch das ist ja alles irgendwie zugeballert mit der Hecke deswegen die sollte gar nicht so gerade sein da mache ich es jetzt damit damit der innere Bond doch zufrieden ist aber das ganze ich glaube ich nehme hier einfach zu viele Bäume tatsächlich da sind gar nicht so viele Bäume das ganze noch mit dem kleinen Busch und dann kann man auch hier wieder die Kette und die äh Stangen nehmen ja krass ne also so ein Video dann mal eben dreieinhalb Stunden dauert nur um sowas darzustellen das ist immer wieder wirklich äh erstaunlich finde ich so jetzt die passenden Blümchen da rein war auch gar nicht so einfach wo wir ja gar nicht so eine große Blumenauswahl haben bei Planet Coaster wenn ich da bei Planet Zoomer davor stehe da denke ich mir immer hallo meine Güte das kann ich ja immer ganz ganz äh nicht so gut sagen wir mal bin ja nicht so der der Gärtner in solchen Spielen hinten dran die künstliche Halle also das soll das soll auch künstlich aussehen tatsächlich hab das alles ein bisschen überlappen lassen macht man eigentlich nicht bei den Hallen und das dann alles ein bisschen mit äh Bäumen und Büschen zugemacht mehr ist er da ja auch nicht ich glaub die Ecke mach ich da auch gleich zu jetzt kommt noch dieses super tolle Basketballspiel kann man immer wieder benutzen was die natürlich in so einem Freizeitpark äh zu suchen haben weiß ich auch nicht macht gar keinen Sinn aber gut soll ja Leute geben die sowas spielen haben wir letztens ein ganz lustiges Video gesehen beim beim Herr Rasten bei alle Rasten aus Grüße gehen raus ähm ne ne Gülschin ich sag nur Gülschin für die ist halt so ne Bude was äh da ging es halt darum das ist glaub ich auch ne das ist ne Youtuberin und ähm die war mit ihrem Sohn im Movie Park und hat darüber ein Video gemacht und es war alles ganz schrecklich Movie Park ganz schrecklich sind aber nichts gefahren nur ihre dummen Kommentare abgelassen und das war's ehrlich so nicht wundern das soll so künstlich aussehen tatsächlich auch das äh ja das ging nicht so ganz mit dem ziehen wollte das alles nochmal weiter nach hinten ziehen und äh naja ich ich improvisiere ich weiß ich improvisiere jetzt ein bisschen da ist eigentlich keine Wand die Tribüne geht bis zur Tür aber soll ich nochmal sagen das passt würde dann jetzt hier mit dem New York City Hotdog Stand nicht hinkommen der braucht übrigens auch noch ein Innenleben jetzt wo ich sehe aber das ist jetzt ja nicht so aufregend so hier diese Schiebetür für für die Lagerhallen kannst du auch vergessen die kannst du da ja nicht einbauen die sind ja mega groß ich weiß nicht für von den ganzen Schiffereien oder so ich bin mir unsicher da lassen wir noch ein Auto durchfahren also wie gesagt da kommt noch eine getriggerte Stuntshow rein werde ich allerdings da werde ich kein Video von machen also jeder der sich dann den Park runterladet lädt runter lädt wird sich die Show dann angucken können aber das werde ich wohl nicht in ein Video bringen außer es ist jetzt ausdrücklich gewünscht dann könnte ich mir das überlegen aber ansonsten würde ich da die Magie ein bisschen spielen lassen denn wie man sowas triggert und so ich meine es ist auch nicht so spannend zum zugucken seien wir mal ganz ehrlich wie man da so ein paar äh Zeiten einstellt und äh das ab Sekunde 4 das ab Sekunde 5 das ab Sekunde 6 das ist jetzt nicht so spannend finde ich auf jeden Fall macht es sein dass das für einige Leute spannend ist also ich finde das da muss man einem nicht bei zugucken dann am besten am Speedbild wo man eh nichts mitbekommt wenn dann so so Feinheiten gemacht werden und jetzt werden wir hier sagen ja da fehlt doch ein Haus ja das stimmt Diskussion Ende es fehlt da ein Haus richtig ich habe tatsächlich versucht mich an die Türen zu halten die es so im Spiel gibt und die auch dort zu sehen sind gelingt nicht immer manchmal muss man das halt nehmen was da ist und die sollen ja auch richtig künstlich aussehen es ist ja nun mal es ist ja nun mal auch eine künstliche also von daher ich glaube wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende dieses Videos hier kommt nochmal das kleine Häuschen ich glaube das ist immer noch zu helle genau bin mir noch nicht sicher also läuft schon ja dieser scheiß Corona ja mich hat es erwischt ich sitze jetzt hier seit 5 Tagen in Quarantäne naja ich weiß nicht geht das Video jetzt noch weiter oder fahren wir nochmal ich glaube wir fangen also am Schluss fahren wir auf jeden Fall die Van Helsing Factory und da ist sie noch nicht verkleidet das ist mir inzwischen gelungen so viel kann ich schon mal verraten das wird dann morgen wie gesagt das Van Helsing Special wo ihr alle 3 Teile sehen werdet 18 Uhr ne 17 Uhr 18 Uhr 19 Uhr würde mich freuen wenn ihr die auch anklickt naja ich weiß nicht ob da was kommt ne ich verabschiede mich schon mal und wir sehen uns spätestens morgen dann ciao ciao